Peggy 18 Blick Cornwallis Dexter Alter 71. Waffenfabrikant CEO und Gründer von Dexter Industries Förderer der Stadt Hoop South Dakota Sein Einfluss erlaubt es ihm, mit fast allem davon zu kommen Zahlreiche Vermisstenfälle werden mit Dexter Industries in Verbindung gebracht Ein System, um dich und deine Familie安全 zu halten Ordnung, wir geben dir in fremde Weise Früher Einige Zeiten, die Reaktion, die Telefonpläne sind örtet Wir senden direkt ICA-Auftraggeber Ziel Richard Strang Von Stellien Amaments Überwachung geht von illegalen und unethischen Forschungen bei Dexter Industries aus Subjekt verbleibt auf ICA-Überwachungsliste Stete Wachsamkeit wird empfohlen Terminal Globop Award